Ja, moin zusammen. Kurzes Infovideo für all diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben. Der YouTuber und Motovlogger Alpi Fährt ist verurteilt worden. Ich gehe die Punkte jetzt mal durch. Ich habe mir extra ein paar Notizen gemacht, damit wir nichts vergessen. Also die Mordanklage wurde fallen gelassen. Das ist jetzt auch gerade letzte Woche oder vor ein paar Tagen erst passiert. Ich glaube, der Staatsanwalt ist da irgendwie zurückgerudert und dann hieß es doch nicht mehr, wird jetzt auf Mord angeklagt. Weil die Bestandteile oder wie sagt man, der Tatbestand eines Mordes einfach nicht vorlag. Das war natürlich auch sehr, sehr krass, wirklich zu sagen Mord bei einem Motorradunfall. Dementsprechend, um das jetzt mal direkt zu sagen, verurteilt wurde Alpi Fährt oder Alperente, wie er richtig heißt, wegen fahrlässiger Tötung zu zwei Jahren und neun Monaten. Daraus ergeben sich jetzt folgende weitere Sachen, die ich herausfinden konnte aus der Presse. Die Bewährungsstrafe kann nach der Hälfte, also nach einem Jahr und viereinhalb Monaten oder zwei Drittel der Zeit, genau, also eine Bewährungsstrafe kann nach Hälfte oder zwei Drittel der Zeit beantragt werden oder wie auch immer man das nennt. Habt ihr vielleicht mitbekommen, Uli Hoeneß wegen Steuerbetruges war der ja dann auch früher raus, also ein ganz normaler Prozess. Und die Zeit der Untersuchungshaft wird auch mit angerechnet und Alpi war ja seit Juni, Ende Juni letzten Jahres im Gefängnis, sprich jetzt sechs, ja sogar sieben Monate und dementsprechend bekommt er diese Zeit dann angerechnet auf seine Haftzeit. Als wichtige Info natürlich noch, das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, weil man nach einer Urteilsprechung, nach der ersten Entscheidung des Gerichts immer eine Einspruchsfrist hat, ich glaube von einer Woche, so was ich gelesen habe. Und da kann man in diese berühmte Revision gehen, also nochmal das Verfahren aufrollen und so weiter. Das kann sich dann auch teilweise nochmal über zahlreiche Monate hinweg strecken, bis das über die ganzen verschiedenen Instanzen gegangen ist. Ja, bis dahin, ob das jetzt angenommen wird oder in Revision gegangen wird, ist der Alpi auf jeden Fall nicht mehr im Gefängnis, heißt er ist jetzt auf freiem Fuß und wieder zu Hause, was weiß ich. Weitere Info, die ich gefunden habe, er kann den Führerschein oder hat den Führerschein ab 2021 wieder, also in vier Jahren. Ich habe aber keine Info dazu gefunden, ob das der alte Führerschein ist oder ob er den komplett neu machen muss, das heißt, der komplett entzogen wird, das weiß ich nicht. Und ja, es hat sich in der Verhandlung auch bestätigt, dass er wirklich gar keinen Führerschein für die große 200 PS Maschine hatte, sondern wirklich nur diesen kleinen Führerschein. Ja, lass mal ein bisschen nur ganz kurz drüber sprechen, weil, also ich weiß nicht, ob das taktisch so klug war, von dem Staatsanwalt einen Mordvorwurz zu machen. Ein Mordvorwurz ist wirklich was sehr, sehr Krasses und ich glaube, es war auch das, was einige in den Kommentaren natürlich geschrieben haben, die so stark pro Alpi sind, dass versucht wurde, mit dieser krassen Anklage, was wirklich krass ist, Mord, also es gibt eigentlich nichts Schlimmeres, also ich wüsste nichts, Mord, das ist unglaublich. Und dass man damit versucht hat, so eine abschreckende Wirkung auf diese ganze YouTube-Motovlogging-Szene zu machen. Da das relativ schwammig war, warum und so weiter und dass das natürlich irgendwo auf wackeligen Beinen stand, jetzt auch was man an dem Urteil gesehen hat, ist das die Frage, ob das so sinnvoll war, davon da mit einer Mordanklage zu starten. Weil jetzt sehen natürlich viele, viele Leute nur, ja, der ist jetzt nicht wegen Mord verurteilt worden, sondern irgendwas Kleinerem, in Anführungsstrichen. Also ich will das jetzt nicht hier fahrlässige Tötung und wie gut reden oder Ähnliches, ganz klar, sondern es steht im Verhältnis zum Mord aber deutlich geringer, auch in der Strafe. Also waren ja auch teilweise irgendwie gefordert vom Staatsanwalt irgendwas um die zehn Jahre oder über zehn Jahre, sogar neun Jahre, elf Jahre, ich weiß nicht genau. Ja, und dementsprechend weiß ich nicht, ob das jetzt so der richtige Weg war. Also diese abschreckende Wirkung bei zwei Jahren, neun Monaten, auch wenn das eine lange Zeit ist, keine Frage, ich bezweifle, dass die jetzt so stark gegeben ist. Das ist auch das, was man so in zahlreichen YouTube-Videos und bei Kommentaren jetzt so liest und so. Ja, der ist ja bald wieder da und dann kann es ja wieder weitergehen und solche Kommentare und so weiter und so fort. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Schuss nach hinten ist, der da losgeht. Ja, dann, was ich auch noch recherchiert hatte, da war ein interessanter Bericht, gibt so einen anderen YouTuber, den werde ich jetzt bewusst hier nicht zu nennen, um ihn nicht noch weiter wachsen zu lassen. Das ist quasi, ja, ähnlich. Er kommt aus der Hansestadt Hamburg und fährt auch ziemlich rasant, wie liefert sich mit, was weiß ich, CLS, 500 AMG oder 63 AMG, mitten in der Stadt, helligter Tag, ein dickes Rennen mit seinem Moped und Leute, 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 da dachte ich mir auch nur, da werde ich echt an Alpi erinnert und das kann nicht sein. Ja, und diese Person, da waren Berichte halt, wie gesagt, in der Tageszeitung von einem Reporter, der sich mit einem Mann unterhalten hat, der hat diesen YouTuber angezeigt. Aber die Polizei war nicht sonderlich interessiert, hatte keine Möglichkeiten, waren überlastet und so weiter, wie man das wirklich kennt. Und, ja, die Polizei kann auch nichts machen, weil kein akuter Tatbestand besteht oder was weiß ich, wie das immer argumentiert wird. Und das ist natürlich eine wirkliche Scheißsache, dass jetzt so die ganze Meute natürlich der Zuschauer dann sich einfach auch so den Nächsten einfach sucht. Ja, dann holen wir uns da unsere geilen Videos mit möglichst viel Adrenalinkick und alles und so weiter. Also, ich bin nicht der Moraler, persönlich fahre auch gern flott, aber das mache ich da, wo es erlaubt ist. Das heißt natürlich nicht, da, wo es erlaubt ist, wird da nie im Leben was passieren. Da kann man sich nicht von freisprechen, keine Frage. Aber die Wahrscheinlichkeit ist einfach eine ganz andere und eine geringe. Aber ich kann nur einen Appell an diese ganzen Leute, die diesen Leuten followen und diese Personen selber, die solche Videos so rasant auf der Straße, was weiß ich, mit 220 oder so auf der Landstraße, wo 70 ist. Ey, Leute, hört doch auf. Denkt an euch, denkt an eure Familie und auch an andere Menschen. Und genau so, ja, ich bin jetzt hier der Moralapostel. Und genau so, Leute, fahrt auf den Hockenheimring, Sachsenring, auf den Nürburgring oder sonst wohin. Da dürft ihr das, da könnt ihr das. Und wer fahren kann, der fährt da. Das ist einfach so. Ich bin auch oft genug am Ringen. Ich kann nicht gut fahren. Keine Frage, auf dem Ringen ist eine andere Hausnummer als auf der Straße. Absolut. Weil man da an seine Grenzen geht. Ein bisschen auf der Landstraße ballern. Was ist das denn? Das ist doch albern. Fahrt mal wirklich eine Strecke, die dafür gebaut und gemacht wurde. Und dann könnt ihr wirklich euch beweisen. Und da ist es abgesichert. Da weiß jeder Bescheid, mit welchem Risiko man drauf geht, was passieren kann. Und ihr gefährdet auch bedingt keine anderen. Also das, da habe ich eine ganz andere oder vielleicht eine andere Einstellung einfach zu. Jo, in diesem Sinne, ich hoffe, das wird nicht so ein mega krasses Hate-Video mit tausend Millionen Dislikes und so von dieser ganzen Alpi-Fraktion. Also ich habe im Alpi seine Videos auch gerne geschaut. Es war unterhaltsam, aber ich habe immer mit dem Kopfschütteln gemacht, wenn er wieder so kranke Aktionen gemacht hat und wirklich richtig krass gefahren ist und einfach zu schnell unterwegs war. Und teilweise auch bei den Kommentaren und so. Vielleicht bin ich da auch in einer ganz anderen Altersklasse. Das mag natürlich irgendwo sein oder vom Typ her einfach nicht so interessiert daran und habe da einfach ein anderes Verständnis für. Jo, Woche zum Sonntag. Das soll es gewesen sein. Haut rein. Bis zum nächsten Video. Ciao.